Die Zahnspange ist eine der beliebtesten und effektivsten Methoden, um Zahnfehlstellungen zu korrigieren und 1-Shanis-Latschellen zu erhalten. Es gibt verschiedene Arten von Zahnspangen, die je nach den individuellen BD1-Viertlerfnissen und Vorlieben des Patienten aus GewahrHLT werden kann. In diesem Video werden wir einen A1-Eberblick A1-Viertel BER die verschiedenen Arten von Zahnspangen geben, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Option F1-Viertel er Sie am besten geeignet ist. 1. Metallische Zahnspangen Metallische Zahnspangen, auch bekannt als traditionelle Zahnspangen, sind die am haufigsten verwendete Art von Zahnspangen. Sie bestehen aus Metallklammern, die auf die Zahni aufgebracht werden und mit Drahtbargen verbunden sind, die die erforderlichen Kräfte außer ein Viertel BER, um die Zahni in die Gewahr-einviertel-endste Position zu bewegen. 1. Obwohl metallische Zahnspangen Auffalliger sind als andere Arten von Zahnspangen, sind sie immer noch eine beliebte Wahl aufgrund ihrer Wirksamkeit und des relativ niedrigen Preises. 2. Keramische Zahnspangen Keramische Zahnspangen sind eine diskretere Alternative zu metallischen Zahnspangen. Sie bestehen aus transparenten oder farblich passenden Keramikklammern, die weniger auffallig sind und besser mit der nataleinviertlerischen Zahnfarbe des Patienten harmonieren. Dies macht sie besonders attraktiv F1-Viertel-R-Patienten, die ihre Zahnkorrektur diskret durchvereinviertel Rennmatt stellen. Keramische Zahnspangen sind jedoch etwas teurer als metallische Zahnspangen und erfordern maglicherweise eine zusätzliche Pflege, um Werffarbungen zu vermeiden. 3. Linguale Zahnspangen Linguale Zahnspangen werden an der Innenseite der Zahni befestigt, was bedeutet, dass sie von au ein nicht sichtbar sind. Dies macht sie zu einer Avayas-diskreten Option F1-Viertel-R-Patienten, die ihre Zahnkorrektur vollsterendig verbergen, Matschden. Lingualspangen werden individuell angefertigt, um perfekt auf die Zahni des Patienten zu passen, was sie zu einer komfortablen und effektiven Option macht. Aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung und Anpassung sind linguale Zahnspangen jedoch in der Regel teurer als andere Arten von Zahnspangen. 4. Invisaligen Invisaligen ist eine innovative Option F1-Viertel-R-Patienten, die eine beinahe unsichtbare Zahnkorrektur war ein Viertel-Nschen. Invisaligen besteht aus transparenten Kunststoffschienen, die individuell angefertigt werden und die Zahni sanft in die Gewahr-ein-Viertel-Nschen-Position bewegen. Die Schienen sind herausnehmbar, was bedeutet, dass der Patient Wachrent des Essens und der Zahnpflege keine Einschränkungen hat. Invisaligen ist besonders beliebt bei Erwachsenen und Jugendlichen, die eine diskrete Lassung F1-Viertel-R ihre Zahnkorrektur suchen. Obwohl Invisaligen im Vergleich zu traditionellen Zahnspangen eine teurere Option sein kann, schatzen viele Patienten den Komfort und die Arztetik, die Invisaligen bietet. 5. Selbstligierende Zahnspangen Selbstligierende Zahnspangen sind eine moderne Weiterentwicklung von traditionellen Zahnspangen. Bei selbstligierenden Zahnspangen werden spezielle Klammern verwendet, die ohne Gummibarende auskommen. Dies ärmer glicht einen schnelleren und effizienteren Fortschritt bei der Zahnkorrektur und verringert die Notwendigkeit von regelmahigen Anpassungen. Selbstligierende Zahnspangen sind in der Regel auch komfortabler F1-Viertel-R den Patienten, da sie weniger Reibung und Druck auf die ZA nie außer ein Viertel ben. Obwohl selbstligierende Zahnspangen etwas teurer sein kann in als traditionelle Zahnspangen, ist ihre Effektivität T und der Werker ein Viertel-Ärzte-Behandlungszeitraum F1-Viertel-R viele Patienten den zusätzlichen Aufwand wert. Insgesamt gibt es also eine Vielzahl von Zahnspangen-Optionen, die es Patienten ärmer glichen, die F1-Viertel-R sie am besten geeignete Behandlung auszuweilen. Ob sie sich F1-Viertel-R traditionelle metallische Zahnspangen, diskrete keramische Zahnspangen, unsichtbare linguale Zahnspangen, innovative invisaligen Schienen oder moderne selbstligierende Zahnspangen entscheiden, ist eine Frage des individuellen Geschmacks, Budgets und Behandlungsziels. Wenn Sie eine Zahnkorrektur in Erwagung ziehen, konsultieren Sie am besten einen erfahrenen Kieferorthopadin, der Sie bei der Auswahl der richtigen Zahnspangen-Option unter Star 1-Viertel sehen kann. Mit der richtigen Zahnspangen-Behandlung kann Ihnen Sie bald ein strahlendes und selbstbewusstes Latschellen genialen.